ja liebe wohnungsfreunde hier bin ich wieder und ich besichtige jetzt viana do costello und es ist ein netter ort im norden von portugal und da habe ich einen kostenlosen wohnungsstellplatz entdeckt und den zeige ich euch jetzt hier mal und natürlich auch ein wenig von der stadt im anschluss an diese kurzvorstellung des platzes ja wirklich nicht weit entfernt von der historischen altstadt hier von viana do costello liegt dieser kostenlose wohnungsstellplatz der bietet allerdings nichts es gibt also weder strom noch fährt entsorgen noch sonst was aber man kann eben kostenlos stehen und man steht quasi am hafen das ganze ist kostenlos aber man kommt trotzdem gewisse dinge kostenlos dazu geliefert zum beispiel diesen schönen von den schiffen also stinkt schon teilweise ein bisschen nach hafen und nach schiffen und nach diesel aber es ist eben kostenlos und für eine nacht geht das auch und das ganze befindet sich direkt neben einem großen parkplatz hier in werner do costello und von da aus läuft man nur ein paar minuten man ist in der stadt oberhalb der stadt gibt es diese schöne wallfahrtskirche aber die habe ich mir nicht angesehen ja auf dem stellplatz gibt es platz für 20 bis 30 wohnmobile je nachdem wie man sich hinstellen wie man sich hin quetscht und ich hatte so den eindruck als wenn da einige von den wohnmobilen auch für längere zeit stehen und die leute also da einfach quasi wohnen auf dem stellplatz ja vom stellplatz ist es nicht weit zum hafen wie gesagt man es steht ja direkt neben dem hafen und da gibt es ein historisches schiff anzusehen das ist ein sanitätsschiff mit sanitätseinrichtungen in dem schiff und von da ist man dann auch schon ganz flott ruckzuck in der historischen altstadt hier von bianna do costello ja ich war ja 2010 schon mal und konnte mich an so ein paar sachen auch noch erinnern da war ich noch mit meiner frau hier und jetzt bin ich noch mal wieder hingefahren und ein bisschen durch die stadt gelaufen damals als ich da war mit meiner frau da war es bullen heiß also meine frau die konnte die jetzt gar nicht gut ab für mich war es auch ein bisschen zu viel und diesmal war es genau umgekehrt also die wetterlage ist zurzeit hier so dass der wind aus dem norden kommt morgens sind es dann nur zehn grad hier und der wind ist wirklich kalt ja ich erzähle dir immer gerne ein bisschen was zur geschichte von den orten also vianna du castello das wurde als fianna da forz do lima also vianna an der mündung des lima flusses im jahre 1258 von alphons dem dritten gegründet ja die stadt die kam bald zu großem reichtum und dieser reichtum der zog sowohl spanier als auch beraten an und daraufhin hat dann unter alphons dem dritten also er hat das noch erlebt dass dann die erste festung an der mündung des limas gebaut wurde und diese festung die beherrschte dann die flussmündung ja der tourismus ist ein wichtiger wirtschaftsfaktor hier im ort aber der fischerei hafen und der industrie hafen sowie eine werft haben auch große wirtschaftliche bedeutung für die stadt und für die region es gibt hier die firma westzieher vienna chipjahrt und die baut schiffe bis zu einer größe von 37.000 bruttoregister tonnen ja hier auf dem praça da republiqa aber auch eine bühne aufgebaut da hat es bestimmt auch veranstaltungen geben zum 25 april also zu diesem historischen datum hier in portugal weil am 25 april 1974 wurde ja durch ein umsturz linksgerichteter armee angehöriger die quasi diktatur hier in portugal gestürzt und dadurch hatte die demokratie eine chance auch hier in portugal fuß zu greifen es gibt ja auch ein schönes gutes rathaus auf dem platz und um diesen zentralen platz herum da befinden sich wirklich sehr schöne historische gebäude und die habe ich mir dann alle auch mal so ein bisschen angesehen ja im jahre 2009 da war viana do castello die erste portugiesische gemeinde die stierkämpfe mit der begründung der tierquälerei abgeschafft hat allerdings war dann am 19 august 2012 in der stadt ariosa ariosa genau ich weiß nicht genau wie man es auf politisch ausspricht das ist auf jeden fall ein teil hier von viana do castello die stadt war vom gericht gezwungen eine stierkampf veranstaltung auszurichten obwohl der gemeinderat versuchte dies zu verhindern und der verteidiger das war der bürgermeister hier zurzeit als dieses verbot von stierkämpfen genehmigt wurde der kritisierte das gericht ist ja aber eine skandalöse entscheidung gefällt ich weiß nicht wie die situation heute ist also ich hoffe mal es gibt jetzt keine stierkämpfe hier mehr ja auf der anderen seite des lima flusses da liegt der offizielle wohnbestellplatz hier von viana do castello aber ich habe ja eben hier auf diesem kostenlosen platz gestanden und da ist man auch viel näher an der altstadt also wenn man auf der anderen seite flusses steht muss man erst über die brücke rüber ja und hier steht mein womo und jetzt geht es für mich weiter ich habe jetzt schon das nächste ziel programmiert und das ist dann auch mein letztes ziel auf meiner spanien portugal tour bevor es nach hause geht ja das navi ist schon stark klar und jetzt geht es weiter dann macht es mal gut bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal